Feinsteinzeugfliesen zeichnen sich besonders durch ihre Härte und ihre sehr hohe Chemikalienbeständigkeit aus. Je nach Anforderungen an die Optik und Rutschsicherheit gibt es Feinsteinzeugfliesen wahlweise mit glatten oder strukturierten Oberflächen. Diese können unbehandelt, poliert oder keramisch vergütet sein. Feinsteinzeugfliesen ohne keramische Vergütung weisen eine mikroporöse Oberfläche auf, die eine besondere Reinigung erfordert. Durch die mikroporöse Oberfläche können sich feinste Schmutzpartikel und Kalk leicht festsetzen, was zur Vergrauung der Fliesenoberfläche führt. Um dies zu verhindern, sind einige Besonderheiten bei der Unterhaltsreinigung zu beachten. Während der Reinigung und Trocknungsphase ist eine Warntafel mit dem Hinweis, Warnung für Rutschgefahr aufzustellen. Im ersten Schritt ist der lose, aufliegende Schmutz durch staubbindendes Wischen mit geeigneten Mikrofaserwischbezügen beziehungsweise Mobfliesen trocken zu entfernen. Danach werden haftende Verschmutzungen im zweistufigen Nasswischverfahren unter Verwendung eines tensidfreien Reinigers auf Komplexbildnerbasis entfernt. Beim Ansetzen der Reinigungslösung sind die Dosiervorgaben des Herstellers zu beachten. Tipp! Dosierhilfsmittel wie beispielsweise eine Dosierkugel erleichtern das Ansetzen der Reinigungslösung. Beim ersten Arbeitsgang wird die Reinigungslösung auf den Belag gebracht, sodass haftende Verschmutzungen gelöst oder aufgeweicht werden. Dazu wird ein sauberer, velourartiger Mikrofaserwischbezug in die Reinigungslösung getaucht und leicht angepresst. Anschließend wird schlaufenförmig und leicht überlappend gewischt. Aus ergonomischen und wirtschaftlichen Gründen sollten Breitwischgeräte mit 40 cm Arbeitsbreite und verstellbarem Stil eingesetzt werden. Die Stilhöhe sollte etwa Schulterhöhe haben. Wenn die Flüssigkeitsabgabe des Wischbezugs erschöpft ist, nach ca. 15 bis 20 qm, wird der Wischbezug zunächst im Schmutzwassereimer ausgewaschen und gründlich ausgepresst. In der zweiten Stufe wird der angelöste Schmutz aufgenommen. Dazu wird der ausgewaschene Wischbezug erneut in die Reinigungslösung getaucht und noch einmal gründlich ausgepresst. Bei hochglanzpolierten Feinsteinzeugfliesen kann es erforderlich sein, den gewischten Belag mit einem trockenen Wischbezug nachzutrocknen, um ein schlierenfreies Reinigungsergebnis zu erzielen. Je nach Wasserhärte sollte in bestimmten Intervallen ein saurer, tensidfreier Reiniger eingesetzt werden, um einen Kalkschleieraufbau zu vermeiden.